Damien! Du wirst mich für verrückt halten, aber ich habe solche Angst. Sei unbesorgt. Hier bist du gut aufgehoben. Es kommt alles wieder in Ordnung. Es ist wieder in Ordnung. Was ist mit Damien? Ich werde mit Mrs. Horton sprechen. Sie wird sich um ihn kümmern. Hallo? Was meinst du denn mit London verlassen, Darling? Ich verstehe nicht, was... Ich werde ein Gespräch mit der Botschaft führen. Tom Portman holt dich aus dem Krankenhaus ab und bringt dich hierher nach Rom. Robert, was ist passiert? Was ist los? Frag nicht, Liebling. Tu es ganz einfach. Mach dich jetzt fertig zu Hause. Gut, Robert. Ich kann mich zwar kaum bewegen, aber... Kathy, tu es. Okay, einverstanden. Ich... ich... ich werde versuchen, fertig zu sein, wenn er kommt. Gut, Liebling. Gut, gut. Das sieht dich an. Gut, schau dir fünf aus. Gut,ss! Gut,ników, ist gut! Gut, PHILACH, lieber daten. Gut... Gut... Ah, ah.